Das ist ja schwer zu lesen, das muss man sagen, darüber müssen wir noch reden, aber es heißt Faraday, liebe Freunde von Faraday, ihr habt mir diese Flasche geschickt, wie ich aufgefordert hatte, mit der Aufschritt Thai-Oase auf dem Karton, weil das Gute ist daran, deswegen konnte ich mich erinnern an die Nacht in der Thai-Oase und ihr macht Schnaps, wollte mir den mal zuschicken und jetzt haben wir ihn probiert. Es steht nicht so viel auf der Flasche, es ist eine Paraspirit, made of Parakresse, infused with black tea. Ihr müsst mir noch mal erzählen, wie der Rest gemacht wird, wir haben ja so eine Umfrage hier, also wir fangen mit Gregor an. Gregor. So, Gregor. Wie fandest du? Sehr interessantes Geschmack auf der Zunge, der sehr lange anhält und noch ein bisschen so auf mich wirken lassen, ob ich das wirklich gut finde, aber auf jeden Fall Potenzial. Das hat man so. Sag ich mal, hat auf jeden Fall. Man muss dem Geneigten Zuseher erklären, die Parakresse macht die Zunge taub. In einem sehr angenehmen... Sehr. So, Yves. Wie fandest du's? Ich kann immer noch nicht reden, meine Kinder. Wie fandest du's? Interessant, aber wie gesagt, dieses Gefühl auf der Zunge, dieses Blitzeln, Batzeln, das ist schon echt... Also ich finde es als Sour und als Fiss-Fix echt schräg. Ja, aber es macht Spaß, also besser als Puh, finde ich. So Puh ist schon... Ja, Puh ist es nicht so Puh trinkend. Das ist Ansage. Puppernickel mit Sauerkrischmaß. Genau, es riecht nach Puppernickel. Daniel, wie fandest du's? Interessant. Kenne ich nicht, also... Das mit dem Betäubnis... Gut, das kenn ich nicht. Das ist ja ein allgemeines Problem. Aber sehr interessant, kann man auf jeden Fall mal machen, ausprobieren, weiterzunehmen. Auf jeden Fall. Sehr lecker. Also, witziges Spiel auf der Zunge. Total, oder? Wir werden da schon ein paar witzige Drinks wohl mit kreieren. Also wir haben ja noch keinen Preis von den Jungs, ne? Denkt dran, wir sind in der Halbe und Marke so ein bisschen teuer. Ich find's irgendwie... Oder, Dr. Busch? Interessant, kenn ich nicht. Schwitziges Teil, hatte ich ja schon gesagt. Aber ich finde echt, als Sauerkrischmaß ist das sehr... Also, hier hast du mal probiert, als Halbe. Also, als... Ist mal was anderes. Ist mal jetzt keiner so... Wir sind das Beste und sonstiges. Ist mal mal eine interessante Likör-Spirituose-Geschichte. Nicht-Spirituose, glaube ich. Ich weiß nicht. Zucker ist, glaube ich, nicht. Oder ich hab's nicht rausgeschmeckt. Vielleicht ein bisschen. Sehr interessant. Mal was anderes, was noch nie da gewesen ist. Also, ihr habt mich nach dem Feedback gefragt. Ist das ein bisschen Bild? Ne, alles gut, alles gut. Ich find's auch interessant. Ich kenn noch nichts von einem Produkt. Weder Preis, noch was eigentlich drin ist. Was für einen neutralen Alkohol... Wie es macht. Aber die Zugabe von Paracressel... Irgendwie... Wir haben ja gesagt, anruflich haben wir gesagt, das ist ein bisschen wie Disco-Short. Es hat so einen Spaßfaktor. Das ist... Warum nicht? Jetzt geht's, geht's. Also... Wir sind gespannt. Wir probieren es weiter aus.